Am Dienstagvormittag hat es einen Hackerangriff auf die HVV-Webseite gegeben. Das hat ein Sprecher des HVV bestätigt. Durch den Angriff war die Seite nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Auch der Fahrkartenankauf über mein HVV war davon betroffen. Hinweise, dass Kundendaten vom Angriff betroffen sind, gibt es nicht. Der Fahrkartenankauf über die HVV-App soll jederzeit ohne Registrierung per PayPal oder Kreditkarte möglich sein. Im Laufe des Mittwochs sollen die letzten Einschränkungen beseitigt sein. Die HVV-Switch-App ist von den Problemen nicht betroffen.